Nachdem wir dieses Jahr den 260. Geburtstag von Mozart feiern und uns darüber hinaus im Mozart-Saal befinden, noch ein kleines Lied von ihm als Zugabe. Der Text ist übrigens nicht von uns, der ist auch von ihm. Der Text ist übrigens nicht von uns, der ist auch von ihm. Der Text ist übrigens nicht von uns, der ist auch von ihm. Der Text ist übrigens nicht von uns, der ist auch von ihm. Der Text ist übrigens nicht von uns, der ist auch von ihm. Der Text ist übrigens nicht von ihm. Der Text ist übrigens nicht von ihm.